Liebe Studierende, willkommen zur zwölften Videoübung des Semesters zum Thema Violinenseiten. Hauptthema der Aufgabe sind die sogenannten stehenden Wellen bei einer gespannten Violinenseite. Bei der ersten Frage möchte man wissen, mit welcher Kraft ist die sogenannte G-Seite der Violine. Aus der Vorlesung wissen wir allgemein, wie groß die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle bei einer gespannten Seite beträgt. Tatsächlich, die sogenannte Phasengeschwindigkeit ist gegeben durch folgende Gleichung. Seit C die Phasengeschwindigkeit, diese Geschwindigkeit ist gleich der Wurzel von Sigma geteilt durch Roh. Wobei Sigma die Spannung ist, das heißt eine Kraft durch Fläche der Seite und Roh die Dichte der Seite selber ist. Diese Gleichung lässt sich weiterentwickeln und zwar mit der expliziten Einbettung der gesuchten Kraft und mit der Definition der Dichte. Nämlich Wurzel von Kraft durch Fläche, A ist die Quelschnittsfläche der Seite und die Dichte ist selbstverständlich Masse durch Volumen, nämlich Quelschnittsfläche der Seite mal deren Länge geteilt durch die Masse. Man kann diese Gleichung weiterformen als Wurzel von F geteilt durch µ, wobei als µ versteht man die Masse pro Länge. Und die gesuchte Kraft ist dann gleich Phasengeschwindigkeit im Quadrat mal µ, nämlich mal Masse durch L. Die Masse M selber der Seite lässt sich aus der Definition der Dichte berechnen, nämlich Masse ist Dichte mal Volumen, wobei für einen Zylinder, wir betrachten tatsächlich eine runde Seite, das Volumen beträgt Pi mal Diameter der G-Seitealbe, alles im Quadrat, mal die Länge der Seite. Eingesetzt, in dieser Gleichung hier für die gesuchte Kraft, bekommt man schlussendlich eben die Kraft F gleich Phasengeschwindigkeit im Quadrat mal die Dichte der Seite, in diesem Fall G-Seite mal Pi mal Diameter der G-Seite im Quadrat, geteilt durch 4. In der Fragestellung wissen wir auch, dass die Seite mit der Grundfrequenz schwingt. So ist die Wellenlänge Lambda, der dazugehörigen stehenden Welle, gleich zweimal die Länge der Seite selber. Und allgemein ist die Phasengeschwindigkeit, ich erinnere hier, dass die Phasengeschwindigkeit gleich dem Produkt zwischen Wellenlänge und Frequenz, das heisst spezifisch hier zweimal die Länge der Seite mal die Frequenz der Grundschwingung der G-Seite selber. Hier benutzen wir die Tatsache, auch experimentell in der Vorlesung beobachtet, dass beide Ende der Seite bei der Grundfrequenz, sprich Grundschwingung, mit den Knotenpunkten der resultierenden stehenden Welle übereinstimmen und schließlich, dass der Abstand zwischen den Knotenpunkten die halbe Wellenlänge beträgt. Setzt man jetzt alles ein, in dieser Formel hier, dann erhält man die Gleichung für die gesuchte Kraft, mit welcher die G-Seite der Violine gespannt ist. Das heisst, f ist gleich die Dichte der G-Seite mal Pi mal Diameter der G-Seite im Quadrat geteilt durch 4, dann eben für diese Phasengeschwindigkeit im Quadrat wäre dann die Wellenlänge im Quadrat mal die Frequenz der Grundschwingung der G-Seite im Quadrat. Die numerische Auswertung für die gesuchte Kraft finden Sie in der Musterlösung. Für die Frage 2 nehmen wir an, dass die sogenannte A-Seite, also eine andere Seite der Violine, 30% mehr als die G-Seite gespannt ist. Aus dieser Information soll man die Dichte des Materials der A-Seite bestimmen. Aus der Fragestellung kann man sofort sagen, dass die Kraft, nennen wir diese F A, der A-Seite gleich 1.3, die Kraft der G-Seite, die wir eben in der Frage Teil 1 berechnet haben. Eben, mit dem Faktor 1.3 möchte man betonen, dass die A-Seite 30% mehr gespannt ist als die G-Seite. Aus den obigen Erkenntnissen kann man jetzt diese Gleichung auch so explizit schreiben. Wir benutzen jetzt Indizes A für alle Parameter, die mit der A-Seite zu tun haben und Indizes G für die Parameter, die mit der G-Seite zu tun haben. Also, wenn wir jetzt diese Formel benutzen, können wir schreiben Rho A als Dichte der A-Seite mal Pi mal Diameter der A-Seite im Quadrat geteilt durch 4 mal Lambda im Quadrat mal die Wellenlänge 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 im Quadrat mal die Frequenz der Grundschwingung der G-Seite. Natürlich ist hier die Rede der Grundschwingung der gespannten Seite, sodass die Wellenlänge für beide Seiten A und G zweimal der Länge der Seite entspricht. Und eben für beide Seiten, die bei der gleichen Violine gleich lang sind. Das heißt, die Wellenlänge hier ist für beide Seiten bei der Grundschwingung identisch und deswegen verschwindet dann diese Größe von dieser Gleichung. Alle anderen Größen in dieser Gleichung sind in der Fragestellung gegeben. Wir können jetzt diese Gleichung nach der gesuchten Dichte der A-Seite lösen. So, wir kriegen jetzt eine Formel für die Dichte der A-Seite. Dies ist gleich 1.3 die Dichte der G-Seite mal Diameter der G-Seite mal Frequenz der Grundschwingung der G-Seite gedeiht durch Diameter der G-Seite mal Frequenz der Grundschwingung der A-Seite alles im Quadrat. So eine ziemlich kompakte mathematische Formel für die gesuchte Dichte der A-Seite. Und nochmals, die numerische Auswertung finden Sie in der Musterlösung. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.